Ja, mein Name ist Sascha Rabe und ich treffe regelmäßig ein zweimal im Jahr Fondsmanager von Investmentfonds, die ich auch einen Kunden anbiete. Frage die und letztens habe ich auch einen Investmentfondsmanager gefragt, warum er beispielsweise nicht in Wirecard investiert hat. Antwort war, er hat das Geschäft intensiv analysiert, hat auch mit dem Vorstand von Wirecard gesprochen und dass die Zukäufe, die Wirecard getätigt hat, die hat er nicht verstanden. Und dann hat er gesagt, weil ich sie nicht verstanden habe, habe ich da nicht investiert. Und diese Qualität, die hast du natürlich nur bei Investmentfonds, die hast du nicht bei ETFs. Die ETFs müssen alles kaufen, was auch in der Benchmark ist. Aus der Situation heraus ganz, ganz wichtig, wenn du Qualität haben willst, dann geht es nur mit Investmentfonds. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.